Grüß euch Gott, ich bin der Arma Gerhard aus Buchberg bei WÖS. Ich bin so ein zeitgenössischer Hobbykünstler und ich habe dann einmal auf der Arbeiterkammer einen Kerbschlitzkurs gemacht, das hat mir nicht recht viel gegeben und ich habe mich da weiterentwickelt. Sie sehen sehen, was ich da mache. Das zeige ich euch hier mal so eine Tafel, das ist Landwirtschaft und das ist die globale Weltwirtschaftssysteme und das ist die geistige, die göttliche Schnitzerei Tafel. Und wenn ich jetzt da rübergehe, da haben wir eine Adventszeit, da habe ich eine Krippe, ich habe vier, fünf so Krippen schon gemacht. Da zeige ich jetzt eine besondere Krippe, das ist die Buchberger Krippe, da ist das Bildungshaus Buchberg drauf. Da ist hier dann die Herbergssuche von Bethlehem drauf und da wegt der hoch um auf den Zinnen und da ist auch hier das Jerusalem, da ist auch die Kreuzigungen drin. Das sind die drei Weltreligionen, das Judentum, Christentum und der Moslem. Und da habe ich hergeschrieben, begegnet euch in Liebe, weil Vergebung ist Leben. So, hoffentlich habe ich euch jetzt ein wenig Eindrücke gemacht von meiner Kunst, was ich da mache. Und jetzt möchte ich euch eine frohe Weihnachtszeit, Adventszeit wünschen und eine Weihnachtszeit. Und das wünschen wir uns für das nächste Jahr, dass wir Frieden haben auf dieser Welt. Rundzehn